Hahahaha There is the hunter and the hunted Bam! Skill um 3000% gestiegen Und jetzt picken wir den Champion, den wir ziehen in der Mitte Kerngedanke rein, Moga Renga! Schön! Das ist was ich suche, das ist was ich möchte Renga Midlane, aber ist ja kein Patch da So, kann ich bitte? So meine Freunde Da sind wir angekommen und zwar mit Rolling, Roaming, Rennwagen Renga Das ist zumindest der Plan, das klappt Das weiß niemand, also rein theoretisch könnten wir direkt Mit Schuhe anfangen und einfach ein Level 3 Roam machen, das klingt dumm Ist ja auch dumm, weil ich die Lane nicht verlassen kann Aber ist bestimmt lustig, da bin ich dabei Warum hast du keine What's? Weil die keinen Schaden machen tatsächlich Wir versuchen erstmal den Laden so ein bisschen rein zu pushen Wir haben ja auch Schuhe, wir kommen schnell wieder auf die Lane Leute, und wer reindrückt Der, äh Na, der wird nicht gepokt Zumindest ist die Idee Miststück, hör doch mal auf mit deinen komischen Sternschnuppen hier Könnte schwer sein Nicht schon wieder, nicht schon wieder Ich bin tot, Leute, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ähm Ja, ich wollte eh shoppen gehen Das ist natürlich, äh, unglücklich Aber dafür können wir uns jetzt ein Schwert kaufen Das ist die Idee, das ist es, dat is it, dat is it, dat is it Ja, da ist er der Kill Da ist er der Kill Comeback Comeback Predator schuhe sind an Ab braucht ich nicht, aber bam Wie zerronnen so gewonnen Ja, ist es denn der Weg des Himmels ist geheiligen johannes ich glaube ja wenn der bande 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 ich kann mich gleich noch mal heilen und ich habe okay jetzt geht es los leute roaming rennwagen ranger 750 die frage oder ist was los okay leute wir schmeißen alles an präter das und das meine das meine das meine das meine das meine also ich bin halt rennwagen ranger zurückgelegte distanz 1 meter 50 ich hätte bock auf xia da unten aber ich brauche noch groß leute vor kein graus keine xia ganz einfache rechnung 900 sehr 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 schlag tschüss so leute wir schmeißen das an das an und let's go jetzt jagen wir jenen wir jagen schon alles wieder aus das ist mein tod glaube ich aber ich hätte bock ich hätte bock wo ist so wo ist so hier bin ich schon so dick ich habe doch nur müll im inventar also es geht es geht es geht es geht hier ist der waterido waterido ich bin rengam das an das an das an und let's go let's go let's go let's go let's go ich bin und spring auf dich ich bin raus ich bin raus ich bin raus 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 ich bin tot nein hier ist patrick jetzt ist mein ganzes zeug hat schon da wo ein bisschen haben wir noch 700 move und speed wenn ihr übrigens dieser alarmlage gibt es als merch bei mir wenn ihr die haben wollt gönnt euch ich komme ich komme ich habe nichts aber ich komme oh ja oh ja das wir wieder das spiel damals wenn er so ein maulwurf aus dem loch kommt dann heimann sie damit einer q drauf und aus den zurück mit dem hammer erkennt ihr das dieses komische es gab es auch so an zwei karten und es gab es überall gab es glaube ich auch auf pc so von 1910 richtig moment ist jetzt freu 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 wer mehr 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 ich glaube er tötet mich gleich schön nein 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 hier ist ein pilz hier ist ein pilz pilz sprung ww 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 ja 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 genau wie geplant trinity wir auch noch eine triniti triniti wir wahrscheinlich die beste idee also entweder triniti oder righteous aber righteous hat glaube ich als auch schwer zu aktivieren weil das hält ja ich habe keine ahnung aber es wäre lust ich glaube ja es geht ja uns so leute wir gehen gleich wieder auf jagd 15 sekunden ich habe kein ghost aber das reicht leute heute die celerity wer die one shot man das wäre so lustig die wäre ich meine es ist auch so one shot aber das wird noch einen tacken lustiger leute hier rüber kommt endlich kommen ja komm ins licht mein sohn ja was 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 jetzt ist noch wer penta penta kiele vater und nubel gegen wer von denen wieder am leben sein oder wir machen jetzt ein outplay der woche hat die platz ist jones danke geld geiler gnome jetzt kommt gleich hier dings wieder so ich habe nicht so viel ready aber es könnte reichen ja wir haben 3000 4.000 kneten leute ich glaube das krieg nicht aktiviert deswegen tun wir den tier mal jetzt auch weg dann gehen wir noch trinity wir wollen eh kein wälder mehr ganz ehrlich wer braucht wälder ich nicht so lustig ein kill würde ich mir auch nehmen ja wenn es so vier sekunden hält dann haben wir jetzt ein problem weil dann wüsste ich nicht wie wir das ausgelöst kriegen naja kannst du mich auf fragezeichen aber so spielt man nicht als ringer spieler so spielt man als ringer spieler hat wow 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 tausend 100 bis 2 moment wieder hat mir gerade so lernt die leute ich hätte locker 60 ad oder 70 dazu bekommen wir können mal alles anschmeißen okay ich habe alles ausgemacht und ist weg ja ja aber schön war eine tolle runde unten denkt ich wünsche euch was haut rein und ja